Musik 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 Jetzt, 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 jesssss Jeessssssssssssssssss Jaaaaaaaaaah Oh nein, oh nein, oh nein Es wird eng, es wird eng wegen der Zunde bei YOLO Junge, Alter, kommt schon Hab ich echt liegen lassen, Alter, wie duft bin ich denn? UMP, exaktes Ausstattung ist für eben, voll equipped mit UMP, wuh! Michi? Ja? Michi? Was? Haben wir ein Problem? Vielleicht. Mein AirDrop, Jungs, das wissen wir nicht klar, oder? Team Schaden ist an, oder? Mein AirDrop, stack, stack, stack! Ich bin zuerst gesehen. Nein, ich hab mich zuerst gesehen. Kann gar nicht sein, weil ich mich nicht zuerst gesehen hab. Nein, ich hab mich zuerst gesehen, nein, Michi ist von mir der Scheiße. Also Michi, ich schubs ihn jetzt da gleich rein und wird dann zurück. Ey, lass doch mal Michi, ich schubskreis machen, wenn er... Wenn er jetzt zuerst gesehen auch kriegt. Ja, genau. Schubskreis! Jaaaa! Nein! Ich will ihn! Also, der ist ja... Okay, ich will nicht abknall werden. Oh, fucks, du bist eng unterwegs, hier wäre ich jetzt. Ja, deswegen solltest du überlaufen. Oh, nee! Houston, we got a problem. Michi, du bist... Adam verurscht. Alter, fucks, die... Das wird... Oh, Junge, oh, nein! Gar keinen Bock auf die Kacke hier. Bewegt die sich noch? Die bewegt sich immer noch. Oh, ja, wir brauchen vielleicht doch ein Boot, aber egal. Ja, das ist ja jetzt schon das Ende der Zone. Glaube ich auch. Los, komm! Los, Joss! Michi, solltest du dich mal heilen, ne? Wollte dich mal so ein Zip geben. Ah, Alter, wir brauchen ein Boot! Ab zum Boot! Oder, Chris? Pff, fang wieder so. Ja, okay. Dann, äh... Michi, können sich das Boot komplett hergefahren. Wie, ihr holt mich jetzt ab, oder soll ich das Boot nehmen? Du fährst, du fährst jetzt mit dem Boot rein, dann holen wir dich ab. Mit dem Auto. Will jemand aufmucken? Hier, hab ich gehört. Alter, voraus! Direkt voraus! Fahr links! Zieh nach links! Direkt voraus am Baum ist einer. Okay, lass dich hier raus. Hintermügel, hintermügel, hintermügel. Ja, ja, okay. Raus. Hier, ober vom Glück, der ist im Team. Oh, 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 oh. Hint da uns. Hint da uns, hint da uns, hint da uns! Der will uns rampf! Nein! Aua! Ich hol dich, Chris, direkt du ab. Ja, ja, ich decke, ich decke. Du Bastarder, Alter. Ich hab, ich höre glaube, ich ein und mega, ich hab absolut ein ausgekauft. Zirna kommt, zirna kommt. Du musst direkt erst mal rennen, nicht heilen. Ja, ich weiß. Los, los, los. Alter, grüßt, ist das ne Kacke jetzt, Alter. Danke, Chris, hab dich lieb, Schatzi. Ich bin das aber egal. War nicht, ich hab nur gedeckt. Ich habe mich lieb, Schatzi. Du hast uns alle lieb, danke. Rechts, rechts, rechts. Ich heim mich hier, ich heim mich hier. Sie sind drinnen, ja. Ja, ich sehe sie am Schreit. Oh, Scheiße, sie schießt auf uns. Geh in Deckung. Weil die von hinten sind eher gefickt, also wie jetzt hier oben. Oh, ne, hier vorne im Haus Camp hab ich safe hier, ich welche. Ja, hier ist er, du. Ja. Ja, Scheiße. Aber fährt ein Auto weg. Ja, da sind da oben, sind das welche. Achtung, versteckt euch. Lass dich da hinkommen. Wie ist einer von euch? Ich, ja. Hat nen Hit bekommen. Aber ich kann ja nicht viel machen, wenn er. Oh, okay. Oh, vielfach super, geil. Jungs, der, 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 eines zurück auf dem Weg, eines zurück auf dem Weg von uns in die Zone ist das Ding jetzt. Ich blockier's euch ungefähr. Da. Oh, Gott. Bin ausgenockt. AKM. Rechts neben mir. Auf. Oh, fuck, Alter. Einer muss zu mir kommen. Einer muss zu mir kommen. Zone kommt. Einer muss zu mir kommen. Ja, bleib hinterm Baum. Ja. Ich sehe nicht mehr, ist jetzt weggegangen. Zone kommt bei dich. Nicht von links. Oh, Gott. Die kämpft gegen... Alter, siehst du hier nicht links? Ich kämpft zum Glück gegen... Ich bin getroffen, bin getroffen. Los, los. Der ist noch abgelenkt mit dem Typen. Pass auf an dem Baum. Lauf, 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 lauf. Christian, wo wurdest du beschossen? Ich weiß es nicht. Lauf, Alter. Einfach in die Zone rein. Links rum, links rum. Richtung Südwesten, an den Baum. Oh, scheiße, weg. Von mir, von mir will. Oh, ausgelockt. Ich bin ausgelockt von oben. Von hinten, von der Zone. Warte. Ich krabbe in die Zone rein. Du musst mich holen. Ich heil... Fuck. Er ist tot, er ist tot, aber ein anderer von hinten. Er ist ausgelockt, er ist ausgelockt. Chris, du musst mich holen. Ja, mich auch. Oh, ich bin ausgelockt. Scheiße. Chris, kannst du mich noch holen, schnell? Schnell. Ja, ich heil mich grad. Ja, ich heil mich grad. Du musst Chris. Ja, ich lauf, ja. Mann ey, das war keine geile Runde, ey. Da ist noch einer ausgelockt. Er ist tot. Er ist tot. Ja, den hab ich ausgelockt. Wir sind an denen vorbei quasi. Ja, dann war das der Typ, der mich wahrscheinlich, ne? Ja, ja. Ich schaff das Jungs, ich glaub an euch. Hast du Heilung? Ja, ich hab ne Sanitäts Tasche. Okay, nehm die, nehm die, nehm die. Wir haben noch 7 Gegner. Ja. Ja, die aber auch. Es kann halt, es kann halt, es kann halt, es könnte halt davon ein 4er Team sein, ist das Ding, ne? Einer schießt von rechts, ne? Hinter uns irgendwo. Außer, außer der Zone schießt einer. Ja, hinter uns. Äh, vor uns, äh, zwei, im Nordwesten, im Nordwesten sind zwei Leute. Ja, ich guck was war da. Da siehst du ihn, da. Ja, komm ich in ihn, los. Ich, ich, äh, er lenkt das Feuer auf mich damit, ich lauf hier rum, ich schieß auf mich. Oh Gott. Mich lasst nicht, lasst, lasst noch, lasst drauf. Haben wir noch Geld? Oh. Fuck, 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 fuck. Ihr müsst laufen, ihr müsst runter, ihr müsst vorwärts runter jetzt. Mich jetzt rechts und ihr müsst aufpassen, ne? Ja. Ja, ja, aber auf mich. Rechts bis rechts ist auch ein, ne? Oh Gott, Michi. Oh ja, da war er. Ja, was soll ich machen? Ich musste irgendwo hin. Ah ja. Das hätt stehen bleiben, wäre jetzt auch nicht die Lösung gewesen. Ja, Team Rang 5? Alter, Scheiße, ist das denn? Hö, ich wär einzuteben, war denn das denn bitte? Alter, jetzt sind noch 5 übrig, ne? Ja gut, ich bin jetzt, ich bin jetzt raus. Boah, das war aber trotzdem krass. Das war schon mega geil. Naja, das war lustig. Ah, Scheiße. Ich dachte, die Zone wäre näher am Hügel so, aber nein, ich war hinterm Hügel, das war echt blöd. Okay, ich markiere jetzt gleich eine Sache und dann gehen wir hin, ohne Widerreden, okay? So, markiere jetzt mal. Ah, ab geht's. Gelb, ne? Also blau. Ne, blau bist du, okay, bin ich. Ey, wollen wir jetzt nicht lieber auf die Seite, grün? Wo ist denn grün? Achso. Ja, grün ist auch gut. Oh, hi, Michi. Ah, es sind gefühlt nur ungefähr 20 Spieler, die hier hinwollen, mehr nicht. Also, ist easy machbar. Ne? Wir sind ja wir, also, alles okay. Ich hab uns noch gar nicht dazu gezählt, aber ja. Achso. Aber, wie gesagt, easy machbar. Wenn ich hier eine Waffe finden würde... Okay, Rucksack hab ich schon mal. Hm, ich würde ja gerne Waffe haben, aber... Na ja, eine Blindgranate, da ist ja auch was, ne? Okay, Krämer, wo bist du? Krämer! Ich hab'n Krämer verloren. Die Steps höre ich dich grad, oder? Ich hoffe. Wahrscheinlich, weil ich lauf grad. Na gut. Nein! Okay, warst nicht du. Scheiße. Okay. Und am Ende dieser Halle, wo wir gerade waren, ähm, sind es zwei Spieler. Ja. Ich seh' ein. Ha. Ja. Hab'n wir den ausgenockt? Ja. Krabbelt er, ja, perfekt. Hast mich gerecht. War da doch der, oder? Ja, ich glaub schon. Ja. Es waren zwei, meinst du? Ja, da. Ja. Okay, der war aber unbewaffnet anscheinend. Der jetzt war. Der ist komplett oben, ne? Okay, das war knapp. Krämer? Krämer? Yo! Was machst du da eigentlich gerade? Und darauf hoffen, dass vielleicht meine Legs aufhören. Aha. Okay, auf Krämer brauchst du nicht hoffen, ne, hat gar nichts. Na ja, klar. Sorry, genau. Ein Move! Ich hoffe, ich kann mitspielen. Alles klar, ich spiel mit. Okay. So, wo ist die Zone? Okay. Wir müssen uns ein Auto suchen, oder so. Ja, auf jeden Fall hier sind noch Leute, die auf mich geschossen haben. Das ist识ly, doch okay. Warte, geh mal weg, geh mal weg, geh mal weg, geh mal weg, geh mal weg. Voll den Arsch um die Rippen. Ja, ich fand das geil, er hat sogar den völlig schussbetterweil gespielt. Oh, Kollege, ich weiß nicht, wer der ist. Hast du Healzeug? Ich hab Verbände, aber nicht viele. Ich tocht dir mal in den Griff. Ja, ne, ich mein, weil du dich voll hinten musstest, siehst du auch meine HP. Hast du eine Waffe? Ja, ich will uns heilen. Wieso, die Fläche weg. Spray it, spray! Guck mal, ob der Loot hat. Ja, die Waffe ist jetzt Spray and Spray ziemlich scheiße. Ich will ja nichts sagen, aber ich hab Probleme mit der Zone gleich, eventuell. Oh nein, die Zone kommt, Rema hast du was zum Heilen, dann für dich. Dann noch Badaschen. Oh fuck. Also ich kann's auch immer noch schaffen, wenn ich durchlaufe. Du nicht. Ich will ja nicht. Ich will ja nicht. Dann noch ein Motorrad, schnell schnell. Pima, komm, 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 schnell schnell. Bis bald über die Brücke, wir werden dabei spätestens sterben. Ja, ist egal. Das ist eure letzte Chance. Ey, wir müssen über die Brücke. Bist du tot. Nicht unbedingt. Aber... Bist du tot. Bist du tot. Oder ihr fliegt jetzt zum gemachten Salto mit dem Motorrad. Oder so. Das ist nicht auszuschließen. Ja. Holy shit! Nein, wir überleben das. Das Schlimme ist, hinter der Brücke wird geschossen. Fahr... Irgendwo hin! Mach das doch! Nein! Ein Stopp! Nein! Alter, hab ich gelaufen! Schüsse auf euch! Hinter dir! Um Gottes Willen! Ey, ich konnte nicht... Wieso bist du nicht der Strasse? Danke. Ich dachte... Wir wollen... Wir wollen querfell ein. Ich dachte, wo ihr den Baum geknutscht habt, ihr werdet tot. Ich... Ich dachte so... Warum ist das... Ich dachte so, ich kann einfach schnell den Berg hoch. Aber nein, da ist eine kleine Rampe und die fliegt genau gegen den Baum. Ich habe die Rampe sogar fast von der Brücke aus gesehen. Nur so... Also... Die war extrem sichtlich. Was für eine Rampe? Das war ein Hügel! Du hast... Einen Scheißdrück hast du gesehen! Den Hügelhandlung ist, den die Rampe wie auch immer du es nennen willst! Mensch... Wie habt ihr den Baum überlebt? Ja, ich bin einfach schön mit den Rädern da drauf gekommen. Ich wollte einfach so schnell querfett ein, rüber... Und dann zu den... Da hinten ist ja so ein Baum. Vielleicht wären wir da hingekommen. Vielleicht. Es wird äh... Explosiv mit Aussicht auf Rauch. Hast du den Titel gelesen oder was von Wambow? Hä? Hä? Wolking mit Aussicht auf Donnerblitz oder was? Naja... NAH! Sicher! Als ob er schon... Als ob er schon wieder getroffen worden ist! Schon wieder... Leck mich! Er wird immer... Ich wurde von der Zone noch nie getroffen. Nur in der Hütte einmal. Warum auch immer. Wo ist du mich, Michi? Ja... Ah, ich hätte halt gerne gewartet bist, aber okay. Kannst du uns beide dann holen, falls ich auch... Okay, nicht mehr. Ich wurde... ...noch nie von der Bombe... ...berührt, ne? Ich mit Steven nur bisher in einer Hütte! Ja, ich wurde bisher jetzt in der Hütte und draußen getroffen. Ich hab was Blaues markiert. So, ne, blau, 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 blau. Sind sie auch? Wirklich? Keine Ahnung. Weiter durch, weiter durch. Rechts hinterm Merker verstehen bleiben. Ja, ich hab harte Legs. Harte Legs. Ja, ist ja verstehen bleiben. Ja, ich hab hier irgendwo. Ja. Habt ihr Sichtkontakt zu den Typen da unten? Ja. Der macht die grad alle? Ist das nur einer jetzt, oder wie? Ja. Hinter der Hütte, ne? Nein. Runter. Wollen wir uns hier holen, oder wie? Ja, ja. Der hat grade... Der hat grade Leute gekittet. Das ist richtig lootfest, wenn wir den schaffen. Naja. Die Frage ist wie lange. Die Zone ist gleich da, ne? Ja, aber wissen wir ja nicht. Auf der anderen Seite ist ein Auto. Direkt da unten muss er sein. Ja. Hier. Und der steht direkt unter. Er hat richtig Hits. Ist weitergelaufen. Den nicht. Weitergelaufen. Ich bin down, ich bin down. Was? Hab ihn, hab ihn, hab ihn, hab ihn. Hol Chris. Alter, der hat mir einfach schnellen Headshot gegeben. Ich hab den schnellen, hat er verpasst dem Typ. Da kommen jetzt Leute, ne? Die schwimmen. Ich seh sie, ich seh sie. Ähm. 330. Zwei Leute, die schwimmen. Zu wenig hab den Versicherter. Davon hab ich... Ne, das reicht jetzt bei mir. Guck, es könnte jetzt verkommen. Ich muss mich doch heilen. Ich hab doch nichts. Ich muss mich gar nicht verbinden heilen. Ich kann dir was abgeben. Ich hab sieben. Erste Hilfe. Wenigstens fucking Michi, der jetzt kommt. Ja, ich geb Chris grad noch was ab. Legt aufm Boden. Danke. Ja, scheiß auf die zwei Gegner. Ist recht. Die machen uns am Ende fertig. Liegt noch was aufm Boden. Für dich Chris. Ja, ich bin jetzt bei dir. Was ist denn los? Wo sind die? 345, die schwimmelt wie schon die ganze Zeit. Drei Minuten lang. Schrei. Mensch. Es geht hier vielleicht um mich grad zu heilen. 200. Ne, so hast du siehst. Besten, ne? Seht ihr? Zum Zornitz. Ah. Moment nicht, nein. Nee, das ist bald weg. Ja, hab ihn gesehen. Zwei Spieler sind da. Ja. Ja. Ja, ich seh sie. Komm auf und zu. Ich glaub, wir haben Chris gesehen. Ja, weil einer ist nach links und dann wieder zurück. Okay, Feuer ist nun gut. Headshot ausgenommen. Die Toten schießen. Auf den Lebenden. Mach ich doch. Von der anderen Seite. Ich werd von der anderen Seite beschossen. Zone kommt, Zone kommt. Wir müssen laufen. Von hinter mir an der Straße war ein Gegner. Ich hab ihn noch ein, zwei mal gehetet. Ah, jetzt fließt die Zone. Oh, ich lauf auf Gegnerzug, glaub ich. Ich bin down. Ich weiß nicht von wo. Ich kann nicht von wo. Ich kann mich leider nicht holen. Ich bin tot, ja. Hä, von wo wurde ich denn getroffen? Ich komm ne Berko. Das glaub ich sicher doch. Ah, von hinten. Von hinten, von hinten, von hinten. Ja, ich kann nix machen. Jetzt stehen bleiben. Ja. Von hinten, Mann, Leute. Warte. Ich hab einen Hit und ich bin down. Ja. Lass dich stehen bleiben. Einziehen. Halt dich auf jeden Fall. Von hinten. Na ja. Komm, komm, komm. Ein Einzelner, so ein richtiger Wichser, das wahrscheinlich auch stirbt. Das hat die außerhalb der Playzone, ja. Fuck. Halt dich. Zonig direkt bei uns. Na ja. Okay, ich bin dumm. Die Zone ist halt so verdammt scheiße. Zwei Spieler, in Richtung 15 Grad. Gucken in Richtung Erdorp. Ja, wo ich bin. Einen Hit hat er. Einer. Hast du da nen Achtfachsucher, Michi? Ja. Ah. Treff aber nicht. Ob's war das n AWM, oder was? Ne, 1224. Ist der andere tot? Ja. Nein. Oder? Da soll noch einer von den beiden übrig. Achso. Scheiße. Scheiße. Was heißt Scheiße? Bei mir. Bei mir. Ich bin halt hier so offen. Deck meinen Rücken, deck meinen Rücken. Denkst du auf die andere Waffe, oder? Ja, wir können das nicht sehen, ne? Na ja. Einen seh ich da hinten, aber... Ja, oben muss ja eigentlich... 2 Spieler. Oh fuck. Also Michi, rechts... Also genau, da wurde jetzt hier zumindest 2 Spieler. Okay, einer hat dich eben gesehen, okay. Gut zu wissen. Ja, vielleicht hilft's ja was. Ja. WTF. Äh, diese Position ist so mega scheiße. Wir beide müssen zum Hügel, auf dem Hügel, Michi. Ja. Ich hoffe, von da unten an der kommt. Deckst du auf die andere Waffe! Krämmer. Holy Krämmer. Ein Einzelschuss. Es ist nur noch ein Gegner, ein Gegner. Geht's zum Hügel, Michi. Geht's zum Hügel. Wo ist der, weißt du das? Nein. Aber... Bleibt auf dem Hügel. Dann seht ihr ihn. Na ja. Sind wir aber auch leichter, ne? Ja, aber trotzdem, ihr seid zu zweit. Ihr müsst jetzt zu zweit arbeiten. Ihr müsst eurem Vorteil nutzen. Beim Stein vielleicht? Beim Stein, ne? Stein. Er ist tot. Er ist tot beim Stein. Wir sind nicht hier in der Zone. Die Zone schrumpft jetzt gleich und macht mega damage. Stein, Stein, immer noch Stein, 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 Stein. Schön. Headshot. Megageil, Krämmer. Wie viel Kills? Fünf. Ah, vier. Alle fünf jetzt. Nice. Hey, 16 Trefferpunkte. Chris, wie war das? Jetzt ein Sieg und danach noch einer? Ja. Das hab ich gesagt. Gerade in der Ansage zumindest. Ja. Und du hast ja gesagt. Ja. Deswegen spielen wir jetzt auch noch. Ja. Boah, gut, dass ich den M24 gelootet hab. Ich hab der AKM mit 8-fach, ja. 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 Ja.